Die Hütte, die ihr hier seht, hat rein gar nichts mit dem Video zu tun. Aber wir haben Halloween und die Geschichte muss weitergehen. Ein mysteriöser Mord. Da brauchen wir ganz spezielle Leute. Ich glaube, wir brauchen die Ghostbusters. So, Hütt. Ich habe hier ganz üble PKE-Messungen. Wie übel? Sehr übel, es sprengt die Nadel. Oh, verflucht. Okay, ich höre es. Ein Begräbnis der Nadel. Ganz in der Nähe. Langsam, langsam. Das ist genau das, was mein Dad mir immer erzählt hat. Begräbnis der Nadel ist nie gut. Oh, 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 oh. Okay, was läuft hier? Schnappst du dir? Aber richtig? Ich gebe schon volle Power. Dank doch mal. Du darfst zwei. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Los, komm schon. Fang sie. Ich lasse sie. Du hast sie. Du hast sie. Ein Mindestensklasse-Fünftunst. Naja, werde ich nur. Du bist drin. Wie geben wir jetzt ein Präsi? Was hat das mit dem eingefangenen Doktor und der Munde auf sich? Warum zum Präsi? Gut, dass die wechselt. Schnapp ihn euch! Oh, mein Gott! Hab ihn! Schnapp ihn hier! Neben dem Doktor, der Mumie und dem Geist müssen wir noch die richtigen Zutaten mit rein. Und schon ist das Halloween-Special fertig. Die neuen Pricots und uns die werden jetzt auf SonsOfBanary.de. Die neuen Pricots und uns die werden jetzt auf SonsOfBanary.